Ich bin auch bisher wieder da und hab durch die Ratten keinen abgespielt. Gehen wir mal bei den Quests, gucken, was das nächste dran ist. Okay, wenn ich das Spiel weiter mache. Ja, okay, aber okay. Das ich treffe jetzt hier. Die Töne kann man sehen. Ich bin immer wieder aufs Hummus. Oh, das ist so schön. Oh, das ist so schön. Oh nein. Naja, vielleicht scheint es doch noch zu sein, aber... Naja. Meine Entscheidungen sind jetzt. Echt, wie gefällt es schon nicht so richtig? Obwohl es wirklich mal 10-3 ist. Gut, auf eine Art, zeig mal, es geht gut. Die Pfeil, sagen wir mal, liegt in der Mitte. Aber wenn ich viel sage, das ist auch schön. Dann will ich ja sagen. Ich weiß, wie man es braucht. Ich habe es ja gerne zu spielen, aber ich spiele es weiter. Es sei denn, ich wollte damit mal ganz viel weiter, aber ein bisschen scheiden werden. Aber es könnte in der Weile dauern, weil ich weiß dann, dass ich wieder das spielen kann. Dann sage ich erst mal, dass ich wiedersehen. Und ich werde dann erst mal in der Kurzzeit, der mein letzter ist. Oder ich weitermache, wenn mal wieder was ist. Oder das andere erst mal drehen.